Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum nix überhaupt Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Dann lasst wir doch ein. Eine gute Idee, leider, von der AfD abgeschrieben und abgekupfert, nachgemacht. Meinen Sie, es merkt raus in der Öffentlichkeit keiner? Für wie blöd halten Sie die Öffentlichkeit?